Freunde was geht? Also gerade beim Essen gestört, ich war seit ein paar Tagen auf ein Paket und es hat mir gerade Dario geschrieben. Ich weiß ja nicht was du vorhast, aber da hast du ein Paket mal wieder bei mir angeguckt. Der Postbruder hat es ja mittlerweile aufgegeben die bei dir zuzustellen. Du bist ja nie da. Aber es sieht schon mal gut aus. Ich bring dir das mal eben vorbei. So Leute, gucken wir mal was er für mich hat. Kurz Schuhe anziehen. Wir sehen uns gleich draußen. Peace Leute. Hallo Brate, ich komme jetzt zur Straße. Wo bist du denn? Ja ich bin jetzt sofort da Brate. Okay, bis gleich Brate. Ja gut, hi du bis gleich. So, gucken wir mal wo der ist. Jo Leute, was ist das denn ey? Die Scheiße ey. Ist der verrückt? Der kann doch nicht ein Paket mit... Ist der wahnsinnig. Brate, ist die verrückt oder was? Brate, wie geht's dir? Alles gut? Hey Brate, alles. Alles flippt man. So ein Paket finde ich. Du bist doch verrückt ey. Brate, was ist das für ein Auto Brate? Ja Brate, haben wir frisch rein bekommen. Wird jetzt verkauft? Ja, steht schon verkauft. Mega ey. Brate, du kannst doch nicht ein Paket mit EOS. Brate, ist doch um die Ecke ey. Das ist so ein... Ich weiß nicht was du vor hast. Ich hab reingeguckt, aber... Sieht gut aus. Leute, wer hat schon mal Paket bekommen? Von der Post mit EOS 8 geliefert ey. Ton hier normal noch ey. Ohhhh. Sieht gut aus ey. Ja. Ihr seid auf jeden Fall gespannt Leute. Post mit EOS 8 geliefert. Aber... Aber was ist das für ein mega Auto ey. Boah. Mega ey. Warte, ist das hier alles Cabo? Jo. Alles Cabo ey. Krass. Steht ja auch auf jeden Fall gut ey. Danke. Boah. Brate, ich muss mich auch einmal reinsetzen. Boah. Spider auch noch ey. Jo. Krass. Brate, ich würde so offen fahren. Egal. Ja ne. Kannst du ja auch. Egal. Geiles Teil ey. Aber für alte Menschen ist das nichts oder für Dicke? Ja, das ist problematisch. Boah. Guck dir mal jetzt. Kriegt die Kamera das drauf? Ja ne. Ja, das sieht man. Boah. Mega ey. Würd mir auch stehen Brate oder? Jo. Dir sogar besser. Haha. Mega. Ja Leute, ihr seid auf jeden Fall gespannt, was in dem Paket ist. Ihr habt ja eh schon die Marke so ein bisschen gesehen. Wird auf jeden Fall glaube ich auch mega aussehen auf dem Zweier. Oder? Was meinst du Dario? Jo. Also ich bin da sehr optimistisch. Haha. Das wird sehr gut aussehen. Ja. Okay Leute haut rein. Aldi. Dario sag auch tschüss. Jo Aldi. Ciao. Ciao. Ja. 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 Vielen Dank.